Wir gehen jetzt rein und das Flaschenhals wird wieder voll weit. Schau, was ich drinnen noch zu haben. Da ist ein Schlafrohrer drin. Da ist ein grüner Stoff. Drück ihn mal rein oder raus? Boy, den Waze. Der hatte unheimliche Hände. So, they open, but they're in Germany. We don't have normal openings. We have to do it like that. Oh, let me try. Is it Carmina? Wirklich nicht. Ich übernehme jetzt knapp. Das ist wirklich cool. Für mich ist das so die erste Entscheidung, wo ich wirklich mal einen Entschreibe. Try for me now. Vielen Dank, Chef. No, no. Tschüss. Tschüss.